Der Prolog von Ochrit vom 28. November Gedenken Der heilige Märtyrer Stephanus der Jüngere Wie einstmals Hannah, die Mutter Samuels, zu Gott betete, ihr einen Sohn zu schenken, so betete auch Hannah, Stephanus' Mutter. Sie betete in der Kirche von Blecarné vor der Ikone der Allheiligen, Gottes Gebärerin. Es überkam sie ein leichter Schlaf, und sie sah die allerheiligste Jungfrau leuchtend wie die Sonne, und hörte eine Stimme von der Ikone, »Frau, gehe hin in Frieden. Deinem Gebet entsprechend wirst du einen Sohn in deinem Schoß tragen.« Hannah empfing tatsächlich und gebar einen Sohn, den heiligen Stephan. Mit 16 Jahren erhielt Stephanus die Mönchsweihe auf dem Berg Auxentius in der Nähe von Konstantinopel durch den Altvater Johannes, der ihn auch göttliche Weisheit und das Käse lehrte. Als Johannes in Frieden im Herrn entschlief, blieb Stephanus auf dem Berg und führte dort ein streng asketisches Leben, Mühe auf Mühe lud er auf sich. Seine Heiligkeit zog viele Schüler an. Als Kaiser Konstantin Copronimus die Ikonen noch heftiger bekämpfte als sein ruchloser Vater Leo de Isauria erwies sich Stephanus als ein eifriger Verteidiger der Verehrung der heiligen Ikonen. Der verblendete Kaiser schenkte verschiedenen unsinnlichen Verleumdungen gegen Stephanus' Glauben und zettelte auch persönlich Intrigen an, um Stephan zu brechen und aus dem Weg zu räumen. Stephanus wurde auf die Insel Prokonessos verbrannt, dann nach Konstantinopel gebracht, in Ketten gelegt und ins Gefängnis geworfen, wo er auf 342 Mönche stieß, die man wegen der Verehrung der Ikonen von überall hergebracht und eingekerkert hatte. Dort im Gefängnis führten sie das gemeinsame Typikon wie in einem Kloster durch. Dann verurteilte der boshafte Kaiser Stephanus zum Tode. Der Heilige sah seinen Tod 40 Tage im Voraus und bat die Brüder um Vergebung. Die Diener des Kaisers holten ihn aus dem Gefängnis und zogen ihn dann unter Schlägen durch die Straßen von Konstantinopel, wobei sie alle Kaisertreuen aufriefen, diesen Feind des Kaisers zu steinigen. Einer der Heretiker schlug den Heiligen mit einem Balken auf den Kopf und dieser gab seinen Geist auf. Wie der heilige Stephanus der Erstmärtyrer aus der Hand der Hebräer das Martyrium erlitt, so erlitt es dieser Stephanus aus der Hand der ikonoklastischen Heretiker. Dieser ruhmreiche Soldat Christi erlitt das Martyrium im Jahr 767, im Alter von 53 Jahren und wurde mit unverwirklichem Ruhm begrenzt. Der heilige Neumärtyrer Christus war ein albanischer Christ, der in Konstantinopel lebte und den Beruf des Gärtners ausübte. Als er eines Tages Gemüse verkaufte, kränkte er einen Türken, der ihn dann vor einem Richter verleumdete, indem er sagte, Christus habe gelobt, Moslem zu werden, doch er habe dann widerrufen. Nach dem Verhör wurde er ins Gefängnis geworfen. Im Gefängnis bot ihm jemand Nahrung an, die Christus aber mit den Worten ablehmte, »Es ist besser, wenn ich hungrig vor meinem Christus erscheine.« Danach holte er etwas Geld hervor, das er unter einem Gürtel getragen hatte und gab es einem seiner Mitgefangenen. Er bat darum, dafür einige Liturgien für seine Seele zelebrieren zu lassen. Er wurde von den Türken im Jahr 1748 enthauptet und im Reich Gottes auf ewig verherrlicht. Die gottgeweihte Anna war eine Frau adeliger Herkunft, die nach dem Tod ihres Gemahls die Weihe im Kloster des heiligen Stephan des Neuen erhielt. Kaiser Konstantin Kopronimus drängte sie zu sagen, sie habe eine unrechte körperliche Beziehung mit dem heiligen Stephan unterhalten, um ihn vor dem Volk zu demütigen. Doch diese heilige Frau weigerte sich, an dieser Intrige gegen den Heiligen teilzuhaben, den sie als ihren geistlichen Vater verehrte. Dafür wurde sie ausgepeitscht und dann ins Gefängnis geworfen, wo sie Gott ihre heilige Seele übergab. Der heilige und gottesfürchtige Kaiser Mauritius wurde zusammen mit seinen sechs Söhnen im Jahr 602 durch Kaiser Fokas ermordet. Lobeshymne Der gottgeweihte Märtyrer Stephanus der Jüngere Desselben Namens wie der erste Stephan, so ließ auch Stephanus der Neue sein Leben im Kampf. Der stolze heretische Kaiser, grobe Kraft, Leib geworden, war bis zu den Szenen mit irdischen Waffen bewaffnet. Stephanus' Waffe war eine Kraft nicht aus irdischer Quelle, eine geistige Kraft, himmlische Wahrheit. Der Kaiser hatte Soldaten, Verteidiger der Unwahrheit, während Stephanus entlastet wurde durch den unsichtbaren Gott. Heiter wie der Himmel erwartete Stephanus die Tortur, den Tod und das ewige Leben jenseits dieser Welt. Im rasenden Zorn brüllte der Kaiser und unterschrieb das Urteil Folter und Tod für den Gerechten. Stephanus war nicht entmutigt, obgleich geschlagen und bedrängt. Gebunden war er durch den Geist und die Gebete zum Himmel. Der Kaiser, stärker als der Leib des Heiligen, zerschmetterte diesen Leib. Doch der Heilige war stärker im Geist und wurde im Sieg vollendet. O heiliger Stephanus, geistiger Ritter, hilf uns, die Netze des Teufels zu vermeiden und die heiligen Ikonen gebührend zu verehren und dass wir stets deinem wundervollen Vorbild folgen. Betrachtung Es macht uns standhaft im Glauben und schenkt uns Seelengröße, wenn wir Beispiele der Glaubenstreue und der Seelengröße der Heiligen Gottes lesen. Als Copronimos Männer dem heiligen Stephanus drängten, von der Ikonenverehrung abzulassen und so dem Kaiser gefällig zu sein, streckte Stephan seine Hand aus und sagte »Und wenn ich auch nur eine Handvoll Blut in mir hätte, würde ich sie für die Ikone Christi vergießen.« Kaiser Mauritius hatte sechs Söhne, von denen der Sechste und Jüngste noch nicht entwöhnt war. Für diesen jüngsten Sohn hatte der Kaiser eine Amme am Hof, um ihn zu ernähren. Ein schweres Schicksal brach über den Kaiser Mauritius herein. Phokas stieß ihn vom Thron und verurteilte ihn zum Tod zusammen mit allen seinen sechs Söhnen. Die sechs Jungen wurden vor den Augen ihres Vaters gegeißelt. Als die Amme den Jüngsten zu übergeben hatte, dass dieser ermordet würde, trauerte sie mit wahrer Seelengröße über das Schicksal des unglücklichen Kaisers und seiner Kinder und entschloss sich in diesem Augenblick, einen von ihnen am Leben zu erhalten. Als sie daher kamen, um ihr das Kind von der Brust wegzunehmen, übergab sie ihnen ihren eigenen Sohn und diesem wurde der Kopf abgeschlagen. Schließlich wurde der Kaiser selbst enthauptet. Der jüngste Sohn des Kaisers wuchs im Glauben auf, dass die Amme seine Mutter sei. Als sie ihm das Geheimnis enthüllte, wurde er sehr ernst, verließ dann freiwillig die Welt und zog sich auf den Berg Sinai zurück, wo er Mönch wurde und sich Gott weihte, um auf diese Weise die Schuld dafür zu begleichen, dass ein unschuldiges Kind an seiner Stelle getötet worden war. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über Gottes wundervolles Paradies. Genesis 2 Wie es ein Paradies der Unschuld, der Reinheit und Gerechtigkeit war. Wie es keine Spur von Krankheit oder Tod darin gab, denn es herrschte kein Gedanke an Sünde. Homilie Darüber, wie die Gläubigen wachsen müssen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Epheser 4, Vers 15 Hier wird alles ausgedrückt, was von uns verlangt ist, meine Brüder. Auf dieser, unserer irdischen Reise. Dass wir an der Wahrheit festhalten und in der Liebe leben. Die Wahrheit wurde vom Herrn Christus offenbart und das Beispiel der Liebe vom Herrn Christus gezeigt. Man kann nicht abgesondert von Christus dem Herrn zur Wahrheit gelangen, noch ein Beispiel wahrer Liebe getränt von ihm finden. Der Apostel Paulus erinnert uns daran zur Vorbereitung. Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen hin- und hergetrieben von jedem Widerstreit der Meinungen. Epheser 4, Vers 14 Nur Gott kann uns die Wahrheit offenbaren. Nur Gott kann uns wahre Liebe zeigen. Ein Mensch kann mehr als ein anderer wissen, doch nur Gott kann uns die Wahrheit offenbaren. Gedanken kommen zu Menschen wie der Wind und Illusionen kommen im Schein der Wahrheit daher. Von seinen Gedanken getäuscht, täuscht der eine Mensch den anderen, von Illusionen betrogen, betrügt der eine Mensch den anderen. Doch die Wahrheit ist in Gott und von Gott. Christus, meine Brüder, ist die Vollständigkeit unserer Wahrheit und die Vollständigkeit unserer Liebe. Wenn wir an Christus denken, denken wir an die Wahrheit. Wenn wir Christus entsprechend handeln, handeln wir richtig. Wenn wir Christus lieben, lieben wir die Liebe selbst. Durch Christus leben wir, wachsen wir, werden wir unsterblich gemacht und verherrlicht. Er ist unser Haupt, nicht das titulierte Oberhaupt einer Gruppe von Menschen, sondern das tatsächliche Haupt eines lebendigen Leibes, von dem wir Glieder sind. Wenn wir an der Wahrheit und Liebe festhalten, werden wir würdig gemacht, darin auf ewig zu leben, im Leibe Christi. O Christus, unser Herr, unsere wundervollste Wahrheit und gütigste Liebe, komm in uns und empfange uns in dir selbst. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.